Hallo liebe Schüler, auch heute gibt es wieder einen Morgenkreis für euch mit tollen Tänzen und wunderschönen Liedern. Viel Spaß dabei. Wir beginnen mit unserem Lied Dumba. Wir starten ganz langsam und gemütlich und werden von Mal zu Mal schneller, bis wir richtig flitzen. Ihr wisst Bescheid, macht schön mit. Musik Jetzt geht's los Jetzt geht's los Jetzt geht's los So und wir singen ein Uraltlied, nämlich singend begrüßen wir uns heut. Das kennt ihr alle noch. Alle schön mitmachen und los geht's. Singend begrüßen wir uns heut, weil uns das miteinander singen freut. So, was können wir denn noch machen? Wir können, wir können stampfen mit den Füßen. Okay. Und durch den Raum gehen, dabei. Sehr gut. Mitmachen! Singend begrüßen wir uns heut, weil uns das miteinander stampfen freut. Nichts. Sechster Vorschlag. Wir können springen. Springen, 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 springen. Wir grüßen wir uns heut, weil uns das miteinander springen freut. Ne, gut. Was noch? Klatschen. Klatschen. Klatschen und alle mitmachen, ne? Klatschen und begrüßen wir uns heut, weil uns das miteinander klatschen freut. Schnipsen! Schnipsen begrüßen wir uns heut, weil uns das Miteinander schnipsen freut. Nächster Vorschlag! Und Patschen! Patschen begrüßen wir uns heut, weil uns das Miteinander patschen freut. Noch ein Vorschlag? Tickel! 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 Tickel begrüßen wir uns heut, weil uns das Miteinander picken freut. Und ich habe noch eine Idee! Einmal pfeifen! Und jetzt letzte Runde! Tanzen und alles auf einmal machen! snipsen begrüßen wir uns heut, weil uns das Miteinander tanzen freut. ак ihr seid eine Super-Truppe! Und ihr macht schön mit immer. Toll! Dieses Jahr hat man wieder ein Geburtstagskind, denn Nico ist 19 Jahre alt geworden. Einmal hoch, hoch, hoch. Wir wollen dir gratulieren, weil du heut' Geburtstag hast. Alles Gute und viel Glück und vom Kuchen aus Rüstestück. Wir wollen dir gratulieren, weil du heut' Geburtstag hast. Alles Gute, Nico! So, und wir haben gerade noch erfahren, dass gestern der Tim Geburtstag hatte. Schaut mal, Tim, alles Gute! Wir singen dir jetzt auch noch ein Geburtstagslied. Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday, lieber Tim, Happy Birthday to you. Und soll erleben, und soll erleben, einmal hoch, hoch, hoch. Wir wollen dir gratulieren, weil du heut' Geburtstag hast. Wir wollen dir gratulieren, weil du heut' Geburtstag hast. Alles Gute und viel Glück und vom Kuchen das größte Stück. Wir wollen dir gratulieren, weil du heut' Geburtstag hast. Alles Gute, Tim! Alles Gute, Tim! Alles Gute, Tim! Dann machen wir noch die Luftschlange. Ja, und dann probiere mal... Wuhuuu! Sehr schön! Ihr lieben Kinder, herzlich willkommen bei unserer Buddy-Percussion. Ihr lernt heute was, wenn plötzlich die Oma und der Opa wieder zu Besuch kommen, die Tür geht auf, stellst du dich hin und präsentierst folgendes. Aufgepassen! Okay, ich mach' vor, ihr macht mit. Herzlich willkommen! Und jetzt alle zusammen. Herzlich, Brust, Brust, Bauch, Bauch, knapp, willkommen! Nochmal, herzlich willkommen! Jetzt ich, W, I, L, L, K, O, M und M, E und N. Und jetzt mal gucken, ob eure Lehrerinnen das können. Also, alle mitmachen! W, I, L, W, I, L. Und jetzt machen wir's mit Bewegung. W, I, L, W, I, L. Stopp! Also, wir müssen ja auch was klären. I, L, 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 K, O, L, K, O, L, K, O, M und M, M und M, M und M, I und N, E und N. Und jetzt nochmal alle zusammen. Und jetzt nochmal alle zusammen. W, I, L, 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 K, O, M und M, M und M, M und M, M und M und M. Wie, Leute kommen wir jetzt ins Video loswerden. Und herrscht jetzt viel Glück mit. Und wir singen jetzt unser Freunde-Lied. Für alle Freunde, die sich jetzt gerade nett sehen können, aber die fest in unserem Kopf und unserem Herz sind, ihr wisst Bescheid. Ihr singt mit. Freunde sind wichtig zum Aufgaben machen. Und für tausend andere Sachen. Vormittagabends im Freien im Zimmer. Wann Freunde wichtig sind eigentlich immer. Vormittagabends im Freien im Zimmer. Wann Freunde wichtig sind eigentlich immer. Freunde sind wichtig zum Zerblatt spielen. Freunde sind wichtig im Drehrung zu bühnen. Freunde sind wichtig zum Träumen und Trägen. Freunde sind wichtig für jeden. Vormittagabends im Freien im Zimmer. Wann Freunde wichtig sind eigentlich immer. Vormittagabends im Freien im Zimmer. Wann Freunde wichtig sind eigentlich immer. Leider ist der Schluss für heute. Wenn wir singen möchten wir ein wunderschönes Abschiedslied. Macht's gut. Bis bald mal wieder. Ciao. 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 Ciao.